Das Karate-Kollegium steht in erster Linie für starke Dojos. Bei uns geht es um die Arbeit in den Dojos. Darum, dass die Dojos viele Mitglieder gewinnen können. Das Wochenende war grandios. Ich bin total begeistert. Wenn man lange Karate macht, ist das eine falsche Grundigung. Ihr könnt beide aufziehen. Klar, wenn ich zu euch sage, macht ihr so, macht ihr so, macht ihr so. Das ist ja kein Thema. Und das ist ja das Fatale, wenn ich zum Beispiel einen talentierten Jungen oder Mädchen habe. Je talentierter der ist, umso leichter lässt er sich von mir in ein Schema pressen, wo der gar nicht rein gehört. An der Sommerschule sind alle Karateka, egal wo sie beheimatet sind, willkommen. Sehr viele Dojo-Leiter des Karate-Kollegiums kommen hier natürlich zusammen zum Austausch, zur Fortbildung und natürlich zur Gemeinschaft. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute. Dankeschön.